Hallo, komm rein. Paul, das sind... meine Freunde? Heute, das ist Paul. Hi, ist Paul die Weinflasche? Hab ich richtig verstanden? Du verkaufst Weinflaschen? Verkaufen. Bitte setz dich, ich brauche nur zwei Sekunden. Ganz schön groß hier. Oh, ich hab mir vier Wimpern rausgerissen. Das bringt sicher Unglück. Hast du heute Abend auch schon was vor, Rachel? Eigentlich bin ich gerade unterwegs in meine Flitterwochen nach Aruba, aber... Nein, ich hab nichts vor. Vorhaben. Entschuldigung, du hast dich bestimmt auf die traumhaften Flitterwochen gefreut. Oh nein, was rede ich da, Aruba? Zu dieser Jahreszeit, da gibt es jetzt überall diese... monströsen Eidechsen. Die Eidechse Eidechsen Entsetzlich, einfach widerlich. Jedenfalls, wenn du heute Abend nicht allein sein möchtest... Joey und Chandler kommen vorbei, um mir beim Zusammenbauen meiner neuen Möbel zu helfen. Ja, Rachel, wir können es kaum erwarten. Genau. Etwas kaum erwarten können. Nun, vielen Dank, aber ich denke, ich werde heute hierbleiben. Seid nicht böse, aber es war ein harter Tag. Oh, sicher, okay. Phoebe, willst du uns helfen? Oh, ich wünschte, ich könnte, aber ich will nicht. Hm? Markus. Hm. Ich bin ein, 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 ich